Dein Leben scheint schwierig zu sein. Hier bist du richtig. Vereinfache dein Leben mit unseren Tipps. Wenn du morgens immer nicht ganz aufstehen kannst, dann einfach schlafe im Stehen. So bist du automatisch schon aufgestanden, wenn der Wecker klingelt. Oma hat die leckere Gurken gemacht, aber die Kraft fehlt das Glas zu öffnen. Nimm Vaseline und verteile gleichmäßig unter den Deckel. So kannst du das Glas gegen die Wand werfen und die leckere Gurken essen. Du willst mit den Freunden Fußball spielen, aber der Ball ist platt und du hast die Pumpe nicht. Kein Problem. Gehe einfach mit dem Ball in ein Fitnessstudio und dort kannst du pumpen. Musik ist faszinierend. Sie kann uns gute Laune machen. Aber es kann lästig sein, wenn dein Handy keinen Kopfhöreranschluss hat. Mit der Hilfe des Akkuschraubers kannst du dieses Problem für immer beseitigen. Bohre einfach ein Loch an Oberseite vom Handy, wie im Video gezeigt. Jetzt kannst du deine Musik endlich genießen. Wenn du hast viele Hausaufgaben und weißt nicht, wie schaffen sollst, nimm Vaseline. Koche dafür, dass Wasser einfach bis jede Punkt erreicht und gib den Teelöffel Vaseline dazu. Nun kannst du den Heft hinzugeben und nach zwei Minuten Hausaufgaben sind fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, morgen wird Wochenende. Bis zum nächsten Mal.